Fellfreunde, die Abenteuerbucht braucht uns. Höchste Zeit für die Paw Patrol. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Heute haben wir einen besonderen Einsatz. Bürgermeisterin Gutherz, Paw Patrol Tag beginnt bald, aber auf der Brücke hat es einen Unfall gegeben. Wir müssen helfen. Los geht's! Hallo, Fellfreund. Bevor das Abenteuer beginnt, müssen wir noch ein bisschen trainieren. Legen wir los. Wir können uns erstmal etwas aufwärmen. Damit kannst du dich fortbewegen. Gut gemacht. Sehr gut. Wir brauchen ein Spezialtraining, damit wir für unsere Einsätze fit sind. Jetzt lernen wir, wie man springt. Damit kannst du springen. Gut gemacht. Sehr gut. Jetzt üben wir das Springen. Spring herum, Fellfreund. Spring weiter. Gut gemacht. Hey, guck mal, Hundeleckerlis. Zeit für einen Snack, Fellfreund. Versuche ein paar Leckerlis zu sammeln. Sammle Leckerlis. Wenn du Leckerlis sammelst, füllt sich der Belohnungsbalken. Sammle so viele Leckerlis wie möglich, um Belohnungen zu erhalten. Gut gemacht. Gut gemacht, Fellfreund. Jetzt kann dein Abenteuer losgehen. Ich erkläre das Paw Patrol Spezialtraining für beendet. Jetzt wartet die Abenteuerbucht auf dich. Ich glaube, es gab einen Unfall auf der Brücke. Und überall liegen Leckerlis herum. Der Paw Patrol Tag beginnt bald. Und Bürgermeisterin Gutherz braucht diese Leckerlis. Wir müssen aufräumen, damit das Fest weitergehen kann. Auf geht's, Paw Patrol. Komm zur Brücke und stelle dich auf den Einsatzkreis. Du kannst den Pfotenabdrücken folgen, um dein Ziel zu finden. Wenn du dich verirrst, suche einfach nach meinem Symbol. Dann findest du mich. Gut gemacht. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Wir müssen helfen, dieses Problem zu lösen. Eine Menschenmenge versperrt uns den Weg. Vielleicht suchen sie nach Leckerlis. Wir müssen sie bitten, Platz zu machen, damit wir die Brücke räumen können. Chase, du kannst dein Megafon benutzen. Siehst du den Einsatzkreis? Hier kannst du alle Fellfreunde-Fähigkeiten einsetzen. Stell dich in den Einsatzkreis und drücke mehrmals die Taste, die du siehst, um dein Megafon zu benutzen. Stelle dich in den Kreis und fülle so die Form an. Alle in der Abenteuerbucht. Der Leckerli-Verkauf ist derzeit geschlossen. Gut gemacht. So ist es gut. Jetzt ist die Menschenmenge weg und wir können den Leckerli-Laster wegfahren. Chase, wir brauchen die Winde an deinem Polizeiauto. Wechsle jetzt zu deinem Fahrzeug. Drücke diese Taste, um zum Fahrzeug dein Gut gemacht. Alles klar. Räumen wir den Laster aus dem Weg. Stelle dich in den Einsatzkreis und drücke mehrmals die Taste, die du siehst, um die Winde zu benutzen. Stelle dich in den Kreis und drücke mehrmals Komplett. Gut gemacht. Gut gemacht. Wow, hier sind überall Leckerlis. Dann mal ran an den Haufen Leckerlis. Bürgermeisterin Gutherz braucht auf jeden Fall alle für das geplante Fest. Dafür brauchen wir Rubble. Wähle ihn aus, indem du das Fellfreunde-Menü öffnest. Wähle jetzt Rubble. Drücke diese Taste. Wähle einen Fest. Rubble. Gut gemacht. Hallo, Rubble. Jetzt brauchen wir deine Baggerschaufel. Stelle dich in den Kreis und drücke mehrmals die angezeigte Taste, um sie zu benutzen. Stelle dich in den Kreis und drücke mehrmals die angezeigte Taste, um sie zu benutzen. Rubble ist der Retter. Gut gemacht. Wow, du hast es geschafft. Dank dir ist die Straße frei. Und anscheinend haben einige Bewohner mitgeholfen und die restlichen Packungen eingesammelt. Das habt ihr toll gemacht. Denk dran, ab und zu das PubPad zu überprüfen, wenn wir im Einsatz sind. Das ist das PubPad. Hier findest du viele nützliche Informationen und Zugriffsoptionen. Jede Seite zeigt dir etwas anderes über deine Abenteuer. Und damit kann jederzeit ein weiterer Mitspieler in das Abenteuer einsteigen. Einsatz abgeschlossen, Paw Patrol. Sprich mich jederzeit an, wenn du einen neuen Einsatz beginnen willst. Wenn du mich nicht siehst, keine Sorge. Folge einfach dem Rider-Symbol, bis du mich findest. Der Rest der Stadt braucht auch unsere Hilfe. Du kannst mit den Bewohnern sprechen und ihre Hilferufe annehmen. Außerdem gibt es viele tolle Gegenstände und lustige Aktivitäten, mit denen du in der Welt interagieren kannst, um noch mehr Leckerlis zu sammeln. Alles klar, es ist Zeit für neue Paw Patrol-Abenteuer. Einsatz beendet. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Fellfreunde. Heute ist der letzte Vorbereitungstag. Bürgermeisterin Gutherz organisiert ein Fest. Alle Bewohner der Abenteuerbucht werden zusammenkommen und die Paw Patrol feiern. Das wird super toll. Der Paw Patrol-Tag kann bald losgehen. Helfen wir Bürgermeisterin Gutherz bei den letzten Vorbereitungen. Paw Patrol zum Fest. Los geht's. Guck mal, du hast eine Baseballmütze freigeschaltet. Hier kannst du freigeschaltete Kostüme und Fahrzeugsticker verwenden. Setze dem Fellfreund deine neue Baseballmütze auf. Gut gemacht. Ryder! Ryder! Was ist los, Bürgermeisterin Gutherz? Oh, heute gibt es ein großes Problem in der Abenteuerbucht. Alle Plakate für den Paw Patrol-Tag sind verschwunden. Zeugen sagen, es waren die Chaos-Kätzchen. Sie laufen gerade mit den Festplakaten weg. Wir müssen sie finden, egal wo sie sind. Haha! Jeder kann kommen und sich amüsieren beim Chaos-Kätzchentag in der Nachbarstadt. Das originellste, katzenkrasseste Fest der Welt. Nein, des Universums. Jetzt liegt es an uns, Fellfreunde. Einsatz beendet. Ohne diese Plakate erfahren die Leute nichts von unserem Fest. Und Bürgermeister Besserwissers Zeppelin ist so furchtbar laut. Er stört die ganze Stadt mit seinen dauernden Chaos-Kätzchen-Ankündigungen. Paw Patrol, wir müssen die Festplakate zurückholen und den Zeppelin stoppen. Wo wurden die Kätzchen zuletzt gesehen? Einige Leute haben gesagt, sie hätten zuletzt eines der Kätzchen dort gesehen. Fellfreunde, lasst uns hier nach Hinweisen suchen. Vielleicht hat dieses Kätzchen eins der Plakate. Los geht's! Wähle einen Chase! Das riecht gut! Gut gemacht! Die Pfotenspuren führen da hin! Das ist das Kätzchen-Rider! Fellfreunde, lass das Kätzchen nicht entkommen! Du hast ein Wähler, einen Fellfreund! Fellfreunde! Vor drei, zwei, drei! Oder becej wenn dieRET! estiver minuschen! ringe dem modeledazardzy! Ich muss das, deine Händen nicht entkommen! Oder, was war'sierd? Hey, wo ist das hin? Das Kätzchen kann nicht weit gekommen sein. Hier sind Pfotenspuren. Das riecht gut. Gut gemacht. Die Spur des Kätzchens führt weiter in diese Richtung. Aha, da ist das Kätzchen. Fellfreunde, lasst es nicht wieder entwischen. Wow, das Kätzchen ist schnell. Chase, such weiter. Das riecht gut. Gut gemacht. Ich bin sicher, das Kätzchen ist in der Nähe. Nicht aufgeben, du hast sie fast erwischt, Fellfreund. Juhu, du hast ein schönes Bild von Henrietta freigeschaltet. Dieses Bild verdient es, in der Henrietta Kunstausstellung gezeigt zu werden. Du findest die Ausstellung am Abenteuerbuchtstrand. Habt ihr das gesehen, Fellfreunde? Es war schnell wie der Wind. Das Kätzchen ist entkommen. Aber sieh mal, sie haben etwas fallen lassen. Es ist ein Flyer für ein Fest mit einem Katzenthema. Chaos, Kätzchentag. Anscheinend plant Bürgermeister Besserwisser eine Veranstaltung. Ich wette, es ist eine Konkurrenzveranstaltung in der Nachbarstadt. Alles läuft nach Plan, meine Kätzchen. Wir haben die Paw Patrol-Plakate geklaut, ohne erwischt zu werden. Jetzt wird sich ihr Fest verzögern. Und alle kommen bestimmt zuerst zu unserem Chaos-Kätzchenfest. Hahaha, dreh die Lautstärke auf. Wir wollen das alle von unserem Fest erfahren. Einsatz beendet. Wähle einen Fellfreund. Die Kätzchen haben für Tumult in der Stadt gesorgt. Und die Bewohner der Abenteuerbucht brauchen zuerst unsere Hilfe. Dann kümmern wir uns um Bürgermeister Besserwisser und seinen Zeppelin. Ryder, alle unsere Festschilder sind umgestoßen worden. Das müssen diese frechen Chaos-Kätzchen gewesen sein. Ohne die Schilder finden die Bürgerinnen und Bürger den Weg zum Fest nicht. Das können sie uns überlassen, Bürgermeisterin Gutherz. Das ist ein Fall für die Paw Patrol. Rubble, benutze den Greifer an deinem Fahrzeug, um das Schild wieder aufzurichten. Los geht's! Ohne die Schilder! 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 Wie leid? Rubble! Haken, leg los! Gut gemacht! Ein Problem weniger! Rubble ist der Retter! Gut gemacht, Rubble! Drehe das Schild jetzt in die richtige Richtung! Sky, benutze den Haken an deinem Hubschrauber! Wähle ein... Sky! Haken dran! Gut gemacht! Da ist noch ein Schild umgefallen! Rubble, hebe es mit deinem Greifhaken wieder hoch! Wähle ein... Tracker! Wähle ein... Rubble! Wow! Du hast das Scherz-Emote freigeschaltet, indem du all diese Leckerlis gesammelt hast! Du kannst Emotes verwenden, indem du die Taste unter dem Fellfreundgesicht drückst! Emotes können auch verwendet werden, um Hilferufe von Bürgern freizuschalten! Bald geht der Nachbarstadt! Bald geht der Nachbarstadt! Das Karus-Geschen-Geschen! Musik Haken, leg los! Gut gemacht! Du bist dran, Sky! Ich hebe jetzt ab! Bila! Sky! Haken dran! Gut gemacht! Da liegt noch ein Schild! Rubble, du weißt, was zu tun ist! Rubble! Haken, leg los! Gut gemacht! Ja, ich hab's geschafft! Sky, richte es mit deinem Haken wieder auf! Bila! Äh! Uff! Zäh! Sky! Haken dran! Gut gemacht! Jetzt kann das Fest doch stattfinden! Vielen Dank, Paw Patrol! Einsatz beendet! Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet! Der Lärm von Bürgermeister Besserwissers Zeppelin hat Charlie den Papagei erschreckt! Er ist weggeflogen! Wir wollen Charlie finden und nachsehen, ob es ihm gut geht! Los geht's! Gut gemacht! Gut gemacht! Alles klar! Sky, wir müssen herausfinden, wo Charlie sich versteckt! Benutze deine Flügel, um die Gegend zu erkunden und sag uns, was du siehst! Alles klar! Was gibt es hier? Gut gemacht! Hier ist Charlie nicht, Ryder! Er muss sich irgendwo anders verstecken! Setzen wir die Suche fort! Sky, zieh nach, ob Charlie da drüben ist! Bald in der Nachtbarstadt! Das Chaos-Kätzchenfest! Besser und lustiger als jedes Hundefeld! Das steht fest! Alles klar. Was gibt es hier? Gut gemacht. Hier ist Charlie auch nicht. Okay, gut gemacht, Sky. Er kann nicht viel weiter sein. Flieg über die Bäume und halte Ausschau nach ihm. Alles klar. Was gibt es hier? Gut gemacht. Ich habe ihn gefunden, Ryder. Charlie ist auf dem Baum da drüben. Ich glaube, Charlie braucht Hilfe, um runterzukommen. Marshall, benutze die Leiter deines Fahrzeugs, um Charlie beim Runterklettern zu helfen. Keine Angst, Charlie. Ich komme schon. Vielleicht. Marshall. Ich bin der Rettungshund. Rettungshund. Gut gemacht. Toll gemacht, Marshall. Charlie, jetzt geht es dir besser, oder? Einsatz beendet. Das ist ein neues Kostüm. Juhu. Paw Patrol. Frau Fröhlich hat gerade angerufen. Sie braucht eure Hilfe. Als die Kätzchen weggelaufen sind, hat sie sich erschreckt und die Einkaufstasche fallen gelassen. Jetzt liegen ihre Einkäufe überall in der Abenteuerbucht verstreut. Wir finden sie wieder. Das ist ein Fall für Chase. Los geht's. Wähle ein Chase. Die Kätzchen weggelaufen sind. Die Kätzchen weggelaufen sind. Wow, du hast einen neuen Sticker freigeschaltet. Mal sehen, wie man ihn benutzt. Das ist der Postkartenbildschirm. Du kannst deine freigeschalteten Sticker verwenden, um lustige Bilder zu machen. Du kannst sie überall auf den Postkarten anbringen, wo du willst. Die Kätzchen weggelaufen sind. Die Kätzchen weggelaufen sind. Die Kätzchen weggelaufen sind. Die Kätzchen weggelaufen sind. Gut gemacht. Gut gemacht, Fellfreund. Es fehlen noch ein paar Einkäufe. Sieh doch mal am Strand nach. Vielleicht sind sie irgendwo im Sand versteckt. Marshall, benutze deine Wasserdüsen, um nach den Einkäufen zu suchen. Marshall! Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Schluss mit dem Versteckspiel, Herr Kohlkopf. Pfoten stark, ein fehlendes Gemüse weniger. Durchsuche den Sand weiter mit den Wasserdüsen. Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Von dem ganzen Sand muss ich... Gut gemacht, Marshall. Du musst noch ein Lebensmittel mit den Wasserdüsen finden. Brauchst du Wasser? Gut gemacht. Alles klar. Bringen wir alle Einkäufe zurück zu Frau Fröhlich. Gut gemacht. 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 E-Motes können auch verwendet werden, um Hilferufe von Bürgern freizuschalten. Danke, Paw Patrol. Diese Kätzchen haben so viel Unfug gemacht. Jetzt kann mich nichts mehr davon abhalten, heute Abend Suppe zu kochen. Gut gemacht. Einsatz beendet. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Was ist das, Captain Tollpatsch? Noch ein Kätzchen-Chaos? Paw Patrol, zum Glück seid ihr da. Ich bin gestolpert und meine Brille ist runtergefallen. Dann haben die Wellen sie aufs Meer hinausgespült. Alles nur wegen dieser frechen Kätzchen. Keine Sorge, Captain Tollpatsch. Die Paw Patrol hilft Ihnen. Ich kann mit meinem Luftkissenboot im Wasser nach ihrer Brille suchen. Los geht's. Wähle einen Fett. Super! 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 Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Das ist ein neues Kostüm. Juhu! Gut gemacht. Oh nein, die Brille ist kaputt. Rocky, versuche sie mit deinem Werkzeug zu reparieren. Bela, Trap, Hockey. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Gut gemacht. Die Brille ist so gut wie neu. Gut gemacht, Rocky. Geben wir sie Captain Tollpatsch. Wenn sie wieder mal ihre Brille verlieren, ein Anruf reicht. Einsatz beendet. Wir erhalten noch mehr Hilferufe aus der Abenteuerbucht. Hey Paw Patrol, ich brauche eure Hilfe. Ich wollte einen Kuchen für das Fest. Aber er ist runtergefallen, als eins der Kätzchen vorbeirannte. Jetzt brauche ich mehr Blaubeeren, um einen neuen zu backen. Kein Problem, Herr Pfeffer. Die Paw Patrol übernimmt den Fall. Ich glaube, von diesem Strauch könnt ihr Blaubeeren pflücken, Fellfreunde. Rocky, benutze deine Zange, um Blaubeeren zu pflücken. Los geht's! Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Wählen wir das aus. Gut gemacht. Alles klar. Herr Pfeffer braucht bestimmt noch mehr. Du hast recht, Rocky. Versuch's mal mit dem Strauch da drüben. Emotes können auch verwendet werden, um Hilferufe von Bürgern freizuschalten. Oh, sea maupassen kann schon LOL rum. Das muss ich aufpassen. Okay. Ichued mich richtig... So weit bin ich. Oh. Ich bin sicher, wenn ich sie hatch. Wählen wir das aus. Gut gemacht. Mehr Blaubeeren. Ich brauche noch mehr für den perfekten Kuchen. Alles klar, die letzten Blaubeeren. Hol sie dir, Rocky. Ich brauche noch mehr. Gut gemacht. Geschafft. Das sind alle Blaubeeren. Das hast du toll gemacht. Bringen wir sie zu Herrn Pfeffer. Paw Patrol, los geht's. Hallo. Gut gemacht. Hier sind ihre Blaubeeren, Herr Pfeffer. Wow. Das sind wirklich schöne Blaubeeren. Wenn ich jetzt anfange zu backen, schaffe ich es noch rechtzeitig zum Fest. Darauf könnt ihr euch verlassen. Einsatz beendet. Das Chaos-Kätzchen-Fest. Das ist besser und lustiger als jedes Wundepest. Paw Patrol, Bürgermeisterin Gutherz ruft an. Sie braucht dringend unsere Hilfe. Ryder, es ist schrecklich. Meine liebste Henrietta ist verschwunden. Oh nein, was ist passiert? Dieser schreckliche Zeppelin hat meine süße Henrietta erschreckt. Sie ist weggelaufen und jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Keine Sorge, Bürgermeisterin Gutherz. Die Paw Patrol wird sie finden. Sie ist in diese Richtung gelaufen. Zu den Bäumen. Los geht's. Gut gemacht. Chase, rufe Henrietta mit deinem Megafon. Wähle ein... Chase! Henrietta, wo bist du? Gut gemacht. Da ist sie, Ryder. Sie versteckt sich da oben auf dem Baum. Chase, wirf dein Netz aus, damit Henrietta sicher runterspringen kann. Hab dich! Gut gemacht. Geht es dir gut, Henrietta? Marshal, benutze deine Sanitäterausrüstung, um sie zu untersuchen. Wähle ein... Marshall! Mal nachsehen. Gut gemacht. Henrietta, geht es gut. Gut gemacht, Fellfreunde. Everest, du kannst sie zu Bürgermeisterin Gutherz zurückbringen. Wähle ein... Everest, ich liebe Rettungsaktionen. Oh, dank euch, Paw Patrol, ist meine Henrietta sicher und gesund. Seht nur, wie glücklich sie ist. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Einsatz beendet. Du hast einen neuen Fahrzeugsticker freigeschaltet. Seht mal, Fellfreunde, Bürgermeister Besserwässer ist mit seinem Zeppelin da drüben gelandet. Vielleicht schaffen wir es, die Festplakate zurückzubekommen. Die Kätzchen haben die Straße mit diesen Kisten versperrt. Wir müssen sie wegräumen, um durchzukommen. Rocky, benutze deinen Gabelstapler, um die Kisten aus dem Weg zu räumen. Los geht's! Wähle ein... Rocky! Alles klar, komm mit! Gut gemacht! Alles klar, komm mit! Gut gemacht! Ich benutze meinen Saugnapf, um sie oben drauf zu stapeln. Gute Idee, Skye! Wähle... Skye! Ich hab dich erwischt! Gut gemacht! Ich hab dich erwischt! Wir sollten sie reparieren, damit niemand verletzt wird. Rubble, benutze deinen Presslufthammer, um sie zu reparieren. Wähle ein... Rubble! Für diese Aktion musst du aus deinem Fahrzeug aussteigen. Drücke diese Taste. Gut gemacht! Gut gemacht! Fertig! Alles wieder heil, Ryder! Die Kiste muss auch noch weg. Skye, versuch's mal mit dem Saugnapf an deinem Hubschrauber. Das schaff's mal mit dem Saugnapf an deinem Fahrzeug aussteigen. Das schaffe ich! Wähle ein... Äh! Skye! Wir brauchen dein Fahrzeug. Wechsle mit dieser Taste zu deinem Fahrzeug. Ich hab dich erwischt! Gut gemacht! Toll gemacht, Paw Patrol! Der Weg zu Bürgermeister Besserwisser ist frei. Einsatz beendet! Wow, ein neues Henrietta-Kunstwerk! Der Zeppelin ist gleich da vorne. Jetzt geht's los! Oh nein, die Paw Patrol ist da! Schnell weg, Kätzchen! Los geht's! Gut gemacht! Der Bürgermeister und die Kätzchen verstecken sich im Zeppelin. Wow! Der Zeppelin bewegt sich! Paw Patrol verliert den Zeppelin nicht aus den Augen. Folgt ihm, bis er wieder landet. Bürgermeister Besserwisser fliegt weg. Folgt dem Zeppelin-Fell, Freunde! Gut gemacht! Bürgermeister Besserwisser! Sie müssen ihren Jumbo-Bildschirm ausschalten! Ihre Durchsagen stören die ganze Abenteuer-Bucht! Er kann dich nicht hören, Chase! Fell, Freunde! Wir müssen den Jumbo-Bildschirm irgendwie leiser machen. Marshall, siehst du diese Kabel? Sie sind mit den Lautsprechern des Zeppelins verbunden. Benutze die Leiter an deinem Feuerwehrauto, um die Lautsprecher auszustöpseln. So, dieser Lautsprecher wäre ausgestöpselt, Ryder! Fehler! Marshall! Ich bin der Rettungshund! Gut gemacht! Oh nein! Der Zeppelin bewegt sich wieder! Wir müssen ihm folgen, Fell, Freunde! Verliert ihn nicht aus den Augen! Gut gemacht! Paw Patrol? Was soll denn das? Alle müssen von meinem Fest erfahren! Ihr könnt mich nicht aufhalten! Paw Patrol, los geht's! Sky, versuche mit deinem Saugnapf den anderen Lautsprecher auszustöpseln! Fehler! Äh! Sky! Haken dran! Gut gemacht! Was? Jetzt sind beide Lautsprecher aus! Macht nichts! Keiner kann den Chaos-Kätzchen-Tag verhindern! Nichts wie weg, ihr Kätzchen! Bald in der Nachbarstadt! Das Chaos-Kätzchen-Fest! Besser und lustiger als jedes Hundefest! Das steht fest! Fell, Freunde, wir müssen dem Zeppelin folgen und den Paw Patrol-Tag retten! Sieh mal! Die Kätzchen haben eins der Plakate fallen lassen, als der Zeppelin abgeflogen ist! Schnappt ihn euch, Fell, Freunde! Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das Sommerfestplakat ist wieder da! Juhu! Das habt ihr wieder einmal toll gemacht, Paw Patrol. Fellfreunde, wenn ihr mit dem Plakat auf dem Fest interagiert, könnt ihr den Sommerfest-Einsatz spielen. Ich kann es nicht erwarten, diesen Tag nochmal zu erleben. Wurken stark, Fellfreunde! Auf zum Paw Patroller! Damit könnt ihr zu anderen Orten in der Welt reisen. Gut gemacht! Hey, Paw Patrol! Ein seltsamer Zeppelin ist gerade über den Dschungel geflogen. Seine Triebwerke machen furchtbar viel Lärm. Was ist denn da los? Anscheinend ist Bürgermeister Besserwisser im Dschungel angekommen, Fellfreunde. Dann müssen wir jetzt sofort in den Dschungel. Auf zum Paw Patroller! Damit könnt ihr zu anderen Orten in der Welt reisen. Bürgermeister Besserwisser, die Paw Patrol ist im Einsatz. Einsatz beendet! Jetzt kannst du mit dem Paw Patroller zu einem neuen Ort reisen. Aus dem graphysel Aus dem Vielen Dank.